ein problem genau und zwar ich habe mir wieder ein mofa zusammengebaut aber die zündkerze ist nicht so aussagekräftig und ich krieg es nicht wirklich abgestimmt hast du da ein tipp für mich da habe ich einen tipp für dich und auch für alle anderen die mit ihrem mofa fahren und nicht wissen ob es zu fett oder zu mager abgestimmt ist nämlich eine zündkerze zum abstimmen des vergasers da könnt ihr euch nämlich die verbrennung angucken und seht dann anhand der farbe der flamme ob die zu fett zu mager falsch abgestimmt ist und ich würde sagen ganz cooles gerät das testen wir jetzt mal und ob das wirklich so gut funktioniert wie wir uns das vorstellen das sehen wir dann auf geht's ans mofa also ich werde das ganze mal auspacken und euch dann kurz erklären wie das überhaupt funktioniert denn ich kannte das vorher auch noch nicht und da muss ich mich auch erst mal ein bisschen rein fuchsen um zu sehen wie das funktionieren soll also das ganze sieht so aus color tune nennt es sich und der name sagt schon anhand der farbe der verbrennung werden wir dann schließlich feststellen wie unser vergaser abgestimmt ist ich kann ja hier mal zeigen hier sieht man so ist es optimal also so eine bläuliche flamme und so ist es zu fett zu fett glaube ich auf jeden fall inkorrekt steht drüber das sieht auf jeden fall aus als ob es deutlich einfacher wäre als das ganze während des fahrends zu machen aber dafür sind wir hier wir werden es ausprobieren und zwar an unserer maxi jetzt denkt ihr euch die ist ja wahrscheinlich gar nicht falsch abgestimmt die sollte eigentlich ganz gut abgestimmt sein ja und das ist auch extra so also wir wollen das an unserer maxi ausprobieren die halbwegs gut abgestimmt ist wirklich perfekt ist ja immer schwer bei so einem mofa weil wir da halt wissen wie die farbe von der verbrennung aussehen sollte wenn es so gut funktioniert also kommt ran wir packen das ding mal aus dann wird sich alles von alleine erklären und dann verbauen wir die und dann testen es an der maxi los geht's so also hier haben wir das gute stück unser nächstes adventskalender türchen und packen es jetzt mal aus eigentlich ist schon alles drauf gemalt was drin ist scheint noch papier kam zu sein also hier ausführliche anleitungen noch was so also das ist alles hier rum geht es eigentlich ich hole es mal raus hier haben wir diese zünd kerze und die ist wirklich sehr klein und was hier besonders ist was das besondere ist ich weiß nicht man sieht dies an der seite hat die sowieso ein plexiglas und das durchsichtig also man kann sich die verbrennung angucken wenn man die reingeschraubt hat hier gibt es auch noch so einen spiegel den kann man glaube ich da drauf setzen dann kann man hier noch so um die ecke gucken und das andere noch so ein bisschen zum sauber machen das hier sieht aus irgendwie wie so eine verlängerung dafür gucken uns gleich alles mal an und verbauen die also ich würde sagen hier sieht man auch mal noch mal so ein diagramm leicht also hellblau und blau so ein mittel ding scheint die optimale abstimmung zu sein und hier geht dann der spritverbrauch höher je orange gelber die farbe der zünd kerze ist also ich würde sagen eigentlich ja selbst erklären wir verbauen es jetzt mal und testen dann mal ob das wirklich funktioniert wie wir uns das vorstellen also wenn wir dir den mund wässrig geredet haben mit unserer lobes hymne auf die zünd kerze hier die wir noch gar nicht ausprobiert haben dann sollst du die video beschreibung mal besuchen denn da haben wir sowohl diese zünd kerze verlinkt kostet glaube ich um die 35 euro oder so waren es und ein schrauberlin artikel natürlich auch wo wir geschrieben haben wie man genau mit sowas sein mofa abstimmt vorausgesetzt das ganze funktioniert natürlich also wenn es sich interessiert gerne in der video beschreibung mal nachgucken und das angebot besuchen lohnt sich auf jeden fall zumindest mal rein zu gucken wir probieren es jetzt aus und gucken auch ob es sich lohnt das ganze zu kaufen ab an die maxi die alte zündkerze raus ohne fenster und die neue mit fenster rein weiter geht's also der erste test mit der normalen straßenabstimmung ist jetzt beendet und ich muss sagen es war doch eigentlich ganz zufrieden ständen also im oberen drehzahlbereich war sie ein bisschen gelb hieße jetzt laut diesem diagramm dass sie da ein bisschen zu fett läuft wir wollen jetzt mal gucken indem wir den luftfilter abbauen und ohne luftfilter das ganze laufen lassen dann ist sie ja falsch abgestimmt oder anders abgestimmt wie sich die farbe der flamme dann verändert und ob sie dann vielleicht sogar obenrum auch blau ist weil ja dann mehr luft reinkommen müsste probieren wir jetzt mal aus gucken wie sich die farbe der flamme ändert und dann geht's weiter wir bauen sie dann natürlich auch mal auf und gucken wie die zündkerze an sich an sie aussieht aber ich finde alleine sich die verbrennung anzugucken ist doch schon dafür lohnt es sich doch schon also der paul baut jetzt gerade den luftfilter ab dann schmeißen wir sie nochmal an und dann geht's weiter und Also ihr habt es gesehen, ihr habt sogar die Verbrennung in unserer Puchmax gesehen mit uns zusammen, also es ist auch das erste Mal, dass wir sowas sehen. Sehr cool auf jeden Fall, allein diese Erfahrung, wie das aussieht, wenn das verbrennt und in welchem, man sieht ja auch so ein bisschen in welchem Drehzahlbereich es dann blau ist oder gelb. Was man vielleicht vorher vorweg sagen muss, diese Mofa-Vergaser, die sind ja extrem simpel, also man hat nur eine Düse und zum Beispiel bei den größeren hat man dann bis zu, weiß ich nicht, wo das Ende ist, aber man hat noch eine Leerlaufdüse, eine Standgastdüse, also da kann man viel mehr einstellen und deshalb ist es bei so Mofas, vor allem bei Tuning-Setups dann schwer, sie so abzustimmen, dass sie wirklich in allen Drehzahlbereichen perfekt, in diesem Fall dann blau, verbrennt. So, kommen wir jetzt zu unserer Maxi an sich und zu der Zündkerze, die sieht immer noch sehr gut aus, hier ist ja auch so ein kleines Bürstchen zum Saubermachen bei, wir haben jetzt auch rausgefunden, das ist zur Verlängerung vom Zündkerzenstecker. Und wenn die irgendwo ganz versteckt ist, dann kann man noch hier diesen, diesen Spiegel zum Durchgucken drauf machen. Also, wie ich muss sagen, im oberen Bereich hat man gesehen, war sie noch ein bisschen zu gelb vielleicht, aber das werden wir vielleicht mal mit dem, der Vergaser hat ja über die Nadel doch noch ein paar Einstellungsmöglichkeiten, vielleicht darüber mal ausprobieren, ob wir das damit geändert kriegen. Ansonsten muss ich sagen, wir sind die Maxi eben noch gefahren, sie läuft auch obenrum sehr gut und untenrum hat man ja auch gesehen, dass es da sehr blau war und Standgas hat sie ja auch super. Was jetzt vielleicht ganz interessant ist, wir werden in Zukunft, wenn wir Mofas abstimmen werden, die immer mal verbauen und dann ist wahrscheinlich wie bei allem so eine Art, so eine Erfahrungssache. Also, man muss damit ein bisschen üben und gucken, wann ist es jetzt richtig abgestimmt, wann ist es falsch abgestimmt. Unsere Erfahrungen geben wir natürlich an euch weiter und werden den Schrauberlingartikel, den wir dazu geschrieben haben, immer weiter pflegen und dann unsere Erfahrungen damit einbringen, wie man mit so einer Zündkerze seinen Mofa richtig abstimmen kann. Und ich muss sagen, wenn man es damit wirklich gut hinkriegt, ist es ja viel einfacher, als jetzt jedes Mal rauszugehen, zu fahren, dann kommt man wieder rein, Düse ausbauen und so weiter. Hier kann man das alles schön im Warmen oder auch nicht so Warm machen. Also, von uns gibt es wieder einen Daumen hoch, zumindest unter Vorbehalt, denn wir haben es ja jetzt nur an der Maxi ausprobiert und die war schon richtig abgestimmt. Also, im nächsten Versuch dann ein Mofa, was wahrscheinlich falsch abgestimmt ist, vielleicht machen wir da auch nochmal ein Video zu. Ihr könnt ja mal gerne in die Kommentare schreiben, wie es euch lieber ist. Wenn das funktioniert, würdet ihr es lieber hiermit abstimmen oder auf der Straße oder einfach nur über die Zündkerze, über den Kolben, wie auch immer. Schreibt gerne mal in die Kommentare, wie ihr euren Mofa-Vergaser abstimmt, nach Gehör oder nach Gefühl. Ich würde sagen, wenn euch sowas auch interessiert, haben wir das Ganze in der Videobeschreibung verlinkt. Sowohl bei Amazon, als auch bei Ebay könnt ihr dieses Schmuckstück erwerben. Jetzt würde ich sagen, sind wir durch. Positiv überrascht von diesem Teil. Wünschen euch natürlich eine schöne Woche. Morgen geht es weiter mit dem Adventskalender. Hier ist eine Playlist, da kannst du direkt weitergucken. Viele andere spannende Sachen, die wir ausprobiert haben. Außerdem den Schrauberling gerne besuchen und abonnieren. Das allerwichtigste, Glöckchen anklicken, wenn du das noch nicht gemacht hast. Ich wünsche euch eine schöne Woche, fahrt ein bisschen Mofa, bis zum nächsten Mal. Ciao.